So Leute, da es mit den Stages jetzt rund geht bei uns auf Discord und die Frage natürlich schon zigmal gestellt wurde, dass ich ein Tutorial zum Debattieren machen soll, ist hier jetzt das Tutorial. Debattieren lernen, meine besten Tipps, die ich euch geben kann. Ja, ganz wichtig natürlich für alle Veganer und für alle, die sich verteidigen möchten und wollen und man sollte es eigentlich können als Veganer. Ja, ist ganz klar, der Veganismus ist eine Entwicklung und man geht da verschiedene Etappen durch und am Anfang ist man natürlich ziemlich ahnungslos, also da würdest du niemals einer Debatte standhalten, aber im Laufe der Zeit wird man besser, immer besser. So, den ersten Tipp, den ich euch geben kann, ist wahrscheinlich das Allerwichtigste überhaupt, was ich euch da mitgeben kann für Debatten. Ihr müsst versuchen, einen roten Faden zu halten. Das ist das Wichtigste und das Schwierigste bei Debatten überhaupt. Es ist, wenn ihr euch Debatten anguckt von mir, aktuell ist das ja ein ziemliches Thema bei mir auf dem Channel oder wenn ihr auf der Stage seid, seht ihr einfach oder guckt ihr einfach irgendwelche Debatten an, auch von Ask Yourself oder so. Das Allerschwierigste ist immer einen roten Faden zu halten. Du hast ein bestimmtes Thema, über das du sprichst und versuchst dort den roten Faden zu halten und du fragst die Person zum Beispiel, darf man Tiere essen? Sagt er ja, darf man Hunde essen? Sagt er nein, dann fragst du, was ist der Unterschied? Die Person sagt zum Beispiel, dass man Nutztiere essen darf, weil sie schmecken und Haustiere darf man nicht essen, wenn sie schmecken, was schon ein Widerspruch ist. Und dann fängt die Person an mit irgendwelchen Aussagen wie, ja in China essen sie Hunde, irgend so eine Ablenkung. Ablenkungen, der lenkt ja nur ab von seiner Position. Der will nicht zugeben, dass das ein Widerspruch ist, der will nicht, dass du ihn weiter nagelst, dann kommt er mit sowas wie, ja, aber die Haustiere werden dafür nicht gezüchtet und dann kommst du mit, ja sagen wir, die werden dafür gezüchtet, darf man sie jetzt essen? Und dann fängt irgendein Rambling an und dann kommt er mit, ja, aber du benutzt ja auch ein Handy und machst Tierleid und so. Also er versucht die ganze Zeit abzulenken. Das ist das Problem. Das Allerschwierigste ist es, den zu halten. Gestern hatte ich auch eine Debatte mit einem Typen, lange auf der Stage. Der war halt der absolute Meister im Dodgen und Derailen. Deswegen ganz, ganz wichtig, roten Faden halten. Und das muss man lernen. Das wirst du niemals beim ersten Mal können, auch nicht beim zweiten, dritten oder vierten Mal, sondern weil man versucht, das Problem beim roten Faden halten ist, man versucht immer mit dem Gegner irgendwie das Topic oder das, was der, die Aussage des Gegners zu halten. Also du versuchst darauf einzugehen, was der Gegner sagt. Und du verstehst einfach nicht, dass er auf einmal auf ein anderes Thema springt. Und dann springst du mit ihm auf dieses Thema und bist dann auf einem anderen Gleis. Obwohl ihr vorher auf dem wart. Ist ja ganz kurz drüber gesprungen. Deswegen nennt man es Derail. Du railst ab von dem Weg auf einen anderen Weg. Und das ist genau das Problem. Und deswegen mega schwierig. Natürlich muss man lernen, kommt mit der Zeit und muss den Gegner immer zurückholen. Immer, egal was er sagt, immer zurückholen. Oder egal mit was er kommt. Ja, aber jetzt habe ich ja eine Frage an dich, obwohl er die Frage gar nicht beantwortet hat. Dann musst du zurückholen. Nein, du musst erst meine Frage beantworten. Wir machen erst mal D, diese Argumentationskette. Immer zurückholen. Mega, mega schwierig. Aber muss man lernen. Aber es ist nicht einfach. Das ist garantiert. Dann der nächste Punkt ist, das Argument des Gegners muss klar sein. Das ist auch so eine wichtige Sache. Wenn euch das Argument des Gegners nicht 100% klar ist, dann habt ihr verloren. Warum habt ihr dann verloren? Weil ihr mit einem Schwert gegen Wolken kämpft. Deswegen. Zum einen weiß der Gegner wahrscheinlich seine eigene Position nicht richtig. Hat einfach irgendwas gesagt, was er später wieder zurücknimmt. Kommt auch irgendwie in gefühlt jeder Debatte vor. Und du weißt nicht, wie du es genau angreifen sollst. Hast irgendwie mega Probleme, irgendwie seine Position zu widerlegen, weil du seine Position nicht kennst. Er hat irgendwas mega Schwammiges gesagt. Mudding the Waters hat er benutzt. Hat er irgendwas verwaschen, irgendeine Grauzone, irgendwas undeutliches gesagt. Du hast nicht richtig verstanden, aber gehst weiter mit ihm mit. Das ist ein Problem. Da kann er dich besiegen in der Debatte, indem er einfach unklare Aussagen macht. Und du versuchst gegen diese unklaren Aussagen zu kämpfen, obwohl du die Position nicht genau kennst. Du kannst deine Position gut angreifen, wenn du die Position selber exakt verstehst, zu 100%. Das ist mega wichtig. Und das Lustige ist einfach, dass in manchen Fällen kennt der Gegner seine eigene Position nicht. Weil er ist sich unklar in seiner eigenen Position. Und unklare Positionen ist es sehr schwer anzugreifen. Deswegen auch da ganz wichtig. Und dann der nächste Tipp, den ich euch absolut ans Herz legen kann, ist Fragen stellen anstatt Aussagen. Das bedeutet, wenn ihr meine Debatten guckt, wie führe ich Debatten? Wenn ich Debatten führe, stelle ich die ganze Zeit nur Fragen. Ich stelle die ganze Zeit nur Fragen anstatt zu sagen, Tiere töten ist falsch. Was mache ich? Ich sage, ist Tiere töten falsch? Ganz genau. Und das ist der Punkt. Ich sage nicht, humane Schlachtung ist nicht human. Ich frage, ist humane Schlachtung vegan? Weil du, das ist so ein Approach, den man machen kann, um die dafür sorgt, dass der Gegner sich selbst widerlegt. Weil es geht ja immer um den Gegner. Es geht ja immer um seine Moral. Das ist auch extrem wichtig zu verstehen. Du in Debatten redest ja nie von deiner Moral. Deine Moral ist ja irrelevant. Du redest immer, du arbeitest immer mit der Moral des Gegners. Deswegen fragst du ihn, darf man Tiere töten? Also du fragst ihn nach seiner Moral, nicht nach deiner. Deine Moral hat überhaupt nichts zu interessieren. Das könnt ihr nach der Debatte machen. Also das könnt ihr nach der ersten Argumentationskette machen, dass er dir Fragen stellen darf. Kann er natürlich machen. Aber du solltest ganz am Anfang erstmal deine Argumentationskette, wie zum Beispiel NTT, durcharbeiten. Und dann kann er seine Fragen stellen. Also das ist so ein Approach. So widerlegt man Menschen. Darf man Nutztiere essen? Sagt er ja. Darf man Haustiere essen? Sagt er nein. Man sagt so, was ist der Unterschied? Das impliziert ja einen Unterschied. Du sagst in einem Fall ja. In einem anderen nein. Also impliziert es, dass es einen Unterschied gibt. Was ist dieser Unterschied? Also Fragen stellen. Fragen, Fragen, Fragen. Und er widerlegt sich selber. Dann sagt er, na nutzt Tiere essen? Kann man essen, weil die dafür gezüchtet werden? Dann sagst du, darf man Haustiere essen, wenn die dafür gezüchtet werden? Dann sagt er nein. Ja, so kann es nicht gezüchtet werden sein, warum man Tiere essen darf. Also versteht ihr? Man muss die ganze Zeit Fragen stellen. Er wird sich die ganze Zeit selbst widerlegen. Das ist der Sinn dahinter. Und auch einfach ganz logisch natürlich, dass du seine Position kennenlernst. Viel, viel besser. Indem du einfach Fragen stellst, anstatt zu sagen, nein, Fische darf man nicht essen. Die fühlen Schmerzen. Die haben Notizeptoren. Humane Schlachtung gibt es nicht. Tiere essen ist nicht in Ordnung. Das gibt dir keine Information. Worin es in einer Debatte geht, ist, Informationen aus dem Gegner zu ziehen. Darum geht es. Ganz, ganz wichtig. Und dann weiter, genau, weiter. Dann haben wir das Nageln. Ganz wichtig. Eine Parade, das Disziplin. Daran erkennt man gute Debater. Die erkennt man am Nageln. Ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht, werde ich euch hier unten verlinken. Wie Ask Yourself Nagel zum Beispiel. Der wiederholt eine Frage 40 Mal hintereinander. Einfach wie ein Roboter, bis die Frage nicht beantwortet wird. Du musst nageln. Du darfst den Gegner niemals davon kommen lassen. Ohne eine ganz klare Antwort auf deine Frage zu kriegen. Da kannst du ihn auch unterbrechen. Da kannst du ihm ins Wort fallen. Wenn du hörst, dass der anfängt zu ramblen. Also du fragst ihn irgendwie, darf man Tiere essen? Sagt er ja. Darf man Haustiere essen? Nein. Dann fragst du nach dem Unterschied. Dann sagt er ja. Aber du kaufst irgendwie PC-Teile. Dafür werden auch Tiere umgebracht. Was auch immer. Wieder zurück zum Thema. Niemand hat irgendwas von PC-Teilen gesagt. Niemand hat irgendwas gefragt, dass man irgendwelche Tiere unabsichtlich irgendwo sterben. Das kann man danach alles ausdiskutieren. Aber erst mal beim Thema bleiben. Ganz, ganz wichtig. Nageln, nageln, nageln. Weil das, was bei Debatten immer gemacht wird, das ist ja der erste und wichtigste Punkt. Es wird immer von Nicht-Veganer arbeiten. Immer mit roten Heringen. Das heißt mit Ablenkungsmanövern. Und diese Ablenkungsmanöver sind genau der. Und deswegen musst du nageln, weil die ja ablenken. Und der darf dich nicht ablenken. Du stellst eine Frage. Du hast die Frage gestellt. Immer konzentrieren. Du hast die Frage gestellt. Darf man Nutztiere essen? Hat er ja gesagt. Darf man Haustiere essen? Nein. Und jetzt ist das das Thema. Da musst du bleiben. Egal, womit er ankommt. Ja, aber nur einmal im Jahr. Was auch immer. Nein, nein. Wir sind da beantwortet. Die Frage, was ist der Unterschied? Der Unterschied war nicht, weil sie gezüchtet werden oder weil sie schmecken oder sowas. Immer nageln. Du musst dort bleiben. Und dann kommt er mit irgendwas. Ja, ihr Veganer. Ihr stellt irgendwie Tiere mit Menschen gleich. Oder die Moderation auf dem Server schlecht. Immer zurückholen. Nein. Davon redet keiner. Das ist die Frage. Nageln, nageln, nageln. Okay. Extrem wichtig. Einen der wichtigsten Sachen, nageln. Okay. Ist halt dieser Punkt auch. Das ist ganz genau dieser Punkt. Und dann, was haben wir da noch auf der Liste? Ja, dann habe ich einfach nur noch die übrigen Tipps. Natürlich ist es für eine... Also, ich bin absolut damit einverstanden, dass Menschen verschiedene Methoden haben zu debattieren. Ich bin auch damit okay. Es gibt sehr, sehr... Wir haben aktuell 22 Debater auf dem Server. Und da sind einige halt, die kennen sich besser mit Umwelt aus. Die anderen besser mit Ernährung. Die anderen kennen sich mit NTT aus. Die anderen mit Fallacies. Die anderen sind sehr ausführliche Debater. Also, die sehr, sehr viel reden. Und dann gibt es andere Debater wie mich, die sehr, sehr wenig reden und immer nur präzise einfach nur eine Frage stellen und einfach nur Ja oder Nein hören wollen. Also, mich interessieren keine deskriptiven Aussagen. Ich frage immer nach normativen Aussagen. Wenn ihr Debatten von mir hört, dann kennt ihr diese Aussage von mir, weil mich nicht interessiert. Mich interessiert nicht mehr irgendein Grund dafür. Mich interessiert nur Ja oder Nein. Was interessiert mich der Grund? Interessiert mich einfach nicht. Deswegen, ich bin halt... Deswegen, wenn die Stage auch voll ist oder sowas, dann gehe ich auf die Stage, übernehme die Stage kurz, weil ich einfach schnell bin. Ich komme schnell durch die Leute durch. Wenn da irgendwelche 40 Leute in der Warteschleife sind, die die Hand gehoben haben, dann gehe ich schnell auf die Stage, weil ich mache das ganz, ganz schnell. Da gibt es Menschen, die machen das alles ganz, ganz langsam. Die sind extrem ausführlich. Die reden erst mal irgendwie drei Minuten über irgendeine Position, warum es inkonsistent ist zu sagen, dass man Nutztiere essen darf, aber Nutztiere nicht. Sie sind extrem ausführlich. Also, es gibt verschiedene Menschen. Und das ist auch absolut in Ordnung. Und natürlich als letzten Punkt, also hier die Fallacies. Habe ich ein Video gemacht, werde ich euch unten verlinken. Ich habe eine Debater-Playlist, die werde ich euch auch unten verlinken. Hier nochmal die Fallacies. Könnt ihr das Video auch anhalten und durchlesen. Hier habe ich auch ein paar Fehler noch korrigiert. Ich hatte da so ein paar Kleinigkeiten im Video, die nicht ganz stinden. Könnt ihr nochmal hier das Video dann anhalten und euch durchlesen. Die ganzen Fallacies. Das sieht alles mega kompliziert aus und sowas, aber das ist nicht kompliziert. Das ist irgendwann, ich kann das alles aus dem FF abrufen, runterrattern, weil du einfach irgendwann lustigerweise die ganzen Verknüpfungen siehst. Du hörst ein Argument von deinem Gegner. Und ja, was ein Widerspruch ist, ist auch ganz, ganz wichtig. Du hörst das Argument von deinem Gegner und du siehst direkt in deinem Kopf die Fallacy. Du siehst, okay, der Gott, der kommt mit Gott an, appeal to Ignorance. Der kommt mit Tradition, appeal to Tradition. Der kommt mit, ja, aber du machst ja auch irgendein Tierleid. Das rechtfertigt irgendwie dann jegliches Tierleid, appeal to Futility. Man darf auf einer einsamen Insel Tiere essen, warum darf man die dann so nicht essen? Redactio ad absurdum, ja, aber Hitler war veganer. Redactio ad Hitlerum. Das kommt alles einfach aus dem Kopf geschossen. Das ist einfach, das kommt einfach mit der Zeit. Das ist alles nicht so schwierig, also alles ziemlich einfach. Von daher hier auch ganz wichtig, die Fallacies, muss man auch nicht kennen. Du musst weder NTT kennen noch Fallacies. Du kannst ja einfach nur irgendeinen anderen Approach fahren. Du kannst einfach sagen, ja, tun dir die Tiere nicht leid. Guck mal, so und so leiden die. Du kannst ja jeglichen Approach fahren. Und du kannst auch irgendwie hardcore dich mit dem Thema Umwelt auskennen und per Umweltargumenten alle auseinandernehmen. Ohne Fallacies, ohne NTT, also du kannst arbeiten, wie du möchtest. Hauptsache, du kannst arbeiten. Das ist das Ding. Hauptsache, du bist ein Debater und kannst deine Position verteidigen. So einen Debater haben wir auch actually überhaupt noch gar nicht. So einen Umweltdebater, der sich sehr, sehr gut mit Umwelt auskennt, mit den ganzen Papern auch auskennt. Und die Leute wirklich auseinander nimmt mit Umweltargumenten. Das haben wir nicht. Wir haben nur halt Menschen, die halt irgendwie mit Emotionen arbeiten, mit Schuld arbeiten, mit NTT arbeiten, mit Fallacies arbeiten, mit Ernährung arbeiten, also Wissenschaft. Aber wir haben niemanden, der mit Umwelt arbeitet. Noch nicht. Und der letzte Punkt ist, Übung macht den Meister natürlich. Klar, wenn du auf eine Stage gehst und da sind 80 Leute, ist klar, dass man dann nervös wird und sowas. Aber das wird verfliegen mit der Zeit. Das ist alles kein Problem und auch völlig normal. Also Übung macht den Meister. Klar, wenn man das erste Mal eine Debate macht, ist man mega nervös. Und keine Ahnung, hat ein Blackout oder sowas. Aber das ist alles kein Problem. Deswegen haben wir auch immer zwei Leute auf der Stage, weil es einer irgendwie nervös wird oder einem was nicht einfällt oder sowas. Alles menschlich, ist alles kein Problem. Von daher, das sind meine Tipps, die ich euch geben kann fürs Debattieren. Debattieren ist etwas sehr Wichtiges. Meiner Meinung nach muss, dass jeder Veganer können. Der muss es lernen. Der muss auf Stages gehen. Du musst auf Stages gehen und debattieren, weil du deine Position verteidigen musst, weil du die Tiere verteidigen musst. Jeder Veganer muss ein Debater sein. Das ist meine Meinung. Wenn du gegen einen Omni nicht ankommst, dann schwierig. Das ist deswegen schwierig, weil es ist ja so, wenn du eine Position nicht halten kannst, dann musst du die Position des Gegners annehmen. Das ist das Problem. Deswegen, weil der Gegner hat ja gewonnen. Also wäre es schlauer, seine Position anzunehmen. Wenn du gegen einen Omni nicht gewinnen kannst und der dich irgendwie widerlegt, weil du halt keinerlei Fallacies kennst, NTT nicht kennst und der dich irgendwie abfrühstückt, dann hast du natürlich ein Problem. Deswegen ganz, ganz wichtig, reinkommen. Man kann auch, wir können Übungsstages machen, wo man irgendwie debattieren lernt. Hat auch irgendwie letztens vorgeschlagen. Können wir auch alles machen. Haben wir actually schon mal gemacht? Stimmt. Ich habe ja schon mal eine Übungsstunde gegeben. Also du als Veganer oder du kommst herein, ich mache den Omni und versuche halt, gegen dich zu argumentieren. Auch ganz gut zur Übung. Könnt ihr ja untereinander machen. Die Stages sind da. Ihr könnt reingehen und euch debattieren. Jederzeit. Ist für alle frei. Ohne irgendwelche Rollen. Alles. Könnt ihr einfach reingehen und gegeneinander antreten. Ohne Zuhörer, wenn ihr wollt. Ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Von daher ganz wichtig, was ich euch empfehlen kann. Da wir jetzt regelmäßig immer Stages halten, weil der Server absolut am explodieren ist. Kommt rein, versucht es. Wir haben da auch eine Stage 2, die ist halt ein bisschen kleiner. Die wird auch nicht gepusht. Nur die Hauptstage wird gepusht. Da könnt ihr reingehen. Kriegt natürlich auch einen Partner, der ein bisschen solider ist im Debattieren. Und dann könnt ihr ein bisschen trainieren. Wir machen das so und so. Also ich achte da darauf, dass wir immer, also wir haben immer zwei Veganer auf der Stage. Also zwei Debater. Und ich gucke so ein bisschen, dass sie so ein bisschen unterschiedliches Level haben im Debattieren. Außer, ja gut, ich und Time, das sind manchmal auf der Stage da, weil wir einfach harmonieren ziemlich gut. Und deswegen, das macht uns beiden halt übel Spaß. Und weil wir schnell sind, wir sind kurze Redner. Wir sprechen ganz, wir haben ganz, ganz wenig Redezeit. Wir lassen die Gegner viel reden. Und sind halt Techniker. Ich würde solche Debater einfach Techniker nennen. Und ansonsten paare ich aber, versuche ich immer zu paaren, etwas Neulinge, etwas, die ein bisschen unsicher sind mit soliden Debatern, die das schon öfters gemacht haben, die grundsolider sind. Und NTT kennen, Fallacies kennen und so. Oder einfach grundsolide im restlichen Debattieren sind. Deswegen ganz, ganz wichtig. Okay. Kommt rein. Übung macht den Meister. Probiert euch aus. Es ist einfach nur peinlich, seine Position nicht verteidigen zu können als Veganer. Von daher sollte das jeder auf dem Kasten haben. Das waren meine Debattieren, Lernen, Tipps für euch. Und kommt gerne auf den Server und lernt zu debattieren. Und genau, ihr kennt ja den Link. Vegan Dreamland, der einzige vegane Partner-Server der Welt. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Der Link ist unten. Kommt rein. Und speichert euch das Video ab, damit ihr es immer abrufen könnt vor Debatten oder sowas. Ich denke, das sind ganz, ganz gute Tipps. Und wir sehen uns im nächsten Video. Peace.